Ich möchte hier nämlich, bevor ich starte, nochmal ein kleines Vorwort machen. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist das React-Video von Magdeburg vs. HSV gesperrt. Ich werde es jetzt so machen, liebe Leute, dass es tatsächlich bei der HSV-Karriere oder bei irgendeiner anderen Karriere oder bei irgendeinem anderen Projekt werde ich jetzt mein React mit einbauen. Ihr wisst ja, wie es ja gegen Magdeburg war. Ich lasse das größtenteils uns kommentiert. Ich habe den VR gelobt, das sage ich offen und ehrlich, weil zwei Abseits-Tore waren von Hamburg. Da hat der VR gute Arbeit gemacht. Ich bin kein Freund vom VR. Bleibe ich dabei. Die 3-2-Niederlage war am Ende, muss man sagen, leider verdient. Heute, wie gesagt, zum Zeitpunktaufnahme spielen Sergei Paderborn. Jungs, ich drücke euch die Daumen und bitte holt die Punkte. Paderborn ist oben mit dran, der Stadtrival ist mit dran, gebt alles und rockt das Ding gegen Paderborn. Und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video. Weisig연 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.